Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich muss das Thema ETFs und ETF-Sparplan unbedingt nochmal ansprechen. Zu meinem letzten Wochenausblick hatte ich ja die historische Verschiebung etwas thematisiert. Historische Verschiebung bei der Marktbreite Richtung US-Tech. Und ich habe ja auch das passive Investieren dort direkt erwähnt, dass da vielleicht sogar ein Ursprung liegt und eben eine Gefahr von Klumpenbildung auch für euren Sparplan mit sich bringt. Und das möchte ich heute nochmal ansprechen. Anscheinend, es gab ja so viel Feedback, gibt es sehr viele, die nur im MSCI World drin sind. Weil, ja, das Werbeversprechen, investieren in das Beste von der Welt. Ist ja auch dementsprechend so. Man investiert in über 1500 Titel letztendlich aus den besten Industrieländern der Welt. Aber hier gibt es in den letzten Jahren insbesondere seit der Finanzkrise eine gigantische Verschiebung. Die wollen wir uns heute mal anschauen, ob hier vielleicht sogar ein Risiko verhalten ist und ihr euren Sparplan vielleicht etwas überdenken solltet. Das wollen wir uns heute anschauen. Denn, ja, die Finanzkrise, das war so ein kleiner Umschwung. Damals wurde auch das passive Investieren, das wurde da immer populärer. Jeder hat mittlerweile einen ETF-Sparplan. Und damals war das nicht unbedingt so. Also, heutzutage, selbst in schwierigen Mock-Phasen, haben wir mal eine Crash-Bewegung, haben wir einen schwarzen Schwan. Früher, oh, alle weg, ich bin nicht mehr dabei, ich investiere nicht. Heute, ja, der Sparplan wird automatisch ausgeführt und führt immer wieder den gleichen ETF, euren ETF-Sparplan aus. Immer wieder die gleichen ETFs, die gefüttert werden, selbst im schwierigen Umfeld und vielleicht in gewichtete ETFs hineingehen. Und dann sorgt das eben für eine Veränderung. Und die sehen wir hier nochmal. Jetzt zu sehen, insbesondere hier ist die Finanz- und Schuldenkrise. Hier heute, 2008, 2009 ging es die Outperformance, insbesondere der US-Indizes, der US-Aktienmärkte gegenüber der Welt, ging steil nach oben. Es gab es immer mal so einen kleinen Hochpunkt. Hier war noch die Dotcom-Bubble. Aber seitdem geht es massiv nach oben für die USA, weil die USA viel besser performt als die komplette Welt. Ich glaube nicht. Ich glaube, hier beginnt der Ursprung eigentlich des passiven Investierens, was eben die USA primär nach oben pusht und immer weiter nach oben treibt. Und ob es gleich ein Risiko ist, das werden wir Stück für Stück anschauen. Aber das hier seit 2009, seit dem Ende der Finanzkrise, performt die USA die Welt. Absoluter Outperformer, den wir sehen. Aber das können wir auch im Detail nochmal anschauen. In den USA. Das hatten wir aus dem Wochenausblick besprochen. Und da ist das Thema eben aufgekommen. Ja, die USA performt die Welt. Das ist schon mal der erste Fakt seit 2009. Massiv. Aber in den USA. Wie ist dort das Bild? Dort performt Wachstum über Nebenwerte und auch über Value. Also hier ist zu sehen, in Form von Nasdaq zum Russell 2000, der US-Nebenwerte-Index, da hat der Nasdaq die größte Outperformance in seiner Geschichte. Selbst über die große Tech-Bubble, .com-Bubble, einige waren sicherlich schon mit dabei, wollte ich hier niemals gleichsetzen wollen. War ein bisschen ein anderes Szenario. Aber die Outperformance der Techs ist jetzt schon wieder höher als damals. Und nicht nur zu den Nebenwerten, sondern auch noch zu Value. Schaut doch die Performance beim Dow Jones an. Er ist eher der Value-Index, der hat kaum Jahresperformance. Der Nasdaq, wir stehen mal jetzt wieder über 40 Prozent, hat er schon geholt. Also Outperformance USA über die Welt und in den USA performt aber letztendlich Wachstum, alles andere und das massivst. Hier auch nochmal zu sehen für den S&P 500. Der ganz normale, so wie ihr den aus den Medien kennt, 15 Prozent Jahresperformance hat er. Der S&P 500, der gleichgewichtete, es gibt ja auch gleichgewichtete ETFs, die hat hingegen auf Jahressicht eine negative Performance. Der gleichgewichtete S&P 500, also alle Titel, alle 500 Werte, haben die gleiche Gewichtung nach Marktkapitalisierung, wäre ein negatives Ja für die USA oder für den S&P 500. Aber das haben wir nicht. Er steht drüber, obwohl die Mehrheit nicht im Plus ist. Was ist, was läuft da verkehrt? Es läuft verkehrt, dass da die Big Techs so dominieren. Absolut. Die Big 7 sind hier ganz klar zu nennen. Allein fünf, die fünf größten Werte im S&P 500, also 500 Titel gibt es im S&P 500, die fünf größten Werte machen dort schon eine Gewichtung von 25 Prozent aus. 25 Prozent Werte haben 25 Prozent Gewichtung im S&P 500. Und da beginnt der ganze Spaß, warum es so eine Verschiebung gibt. Auch vergangene Woche, die große Rallye beim Nasdaq, die Mehrheit der Werte im Nasdaq waren im Minus. Die großen Antreiber waren die Big Techs, die mit der massiven Marktkapitalisierung den Rest übertünchen und alles nach oben pushen. Und auch hier, woher kommt diese Marktkapitalisierung? Wieso wird die immer stärker? Weil die Story so gut ist von Apple, vier Quartale ohne Umsatzwachstum. Die Story ist nicht so dolle. Es kommt von woanders her und da schließt sich der Kreis ganz schnell Richtung ETFs. Also um das Band hier fortzuführen, USA performt die Welt. In den USA performt Tech alles andere. Value und Nebenwerten die meisten Sektoren in den USA mit negativer Jahresperformance. Außer eben der Tech-Sektor. Und im Tech-Bereich performen ganz wenige hochmarktkapitalisierte Unternehmen, die quasi die Indizes schon übernehmen. Können wir hier nochmal sehen. Apple nach Marktkapitalisierung rot zu sehen. Wir haben gräulich Microsoft nach Marktkapitalisierung. Und der komplette Nebenwerteindex in den USA, der Russell 2000, ist blau zu sehen. Denn Apple und Microsoft für sich haben eine höhere Marktkapitalisierung als der komplette Nebenwerteindex in den USA. Und die ist im Vergleich zur Welt auch schon ordentlich hochkapitalisiert. Also diese gigantische Verschiebung, die ist ein wichtiger Bestandteil in diesem Gedankengang. Und das können wir hier auch nochmal sehen. Hier sind die 25 stärksten Titel im S&P 500 vor zehn Jahren. Und hier die 25 stärksten Titel aktuell. Schaut euch doch einfach hier die ersten fünf, sechs Titel an vor zehn Jahren. Was fällt auf? Erstens die Gewichtung fällt aus. Aktuell ist die viel, viel höher. Allein Apple und Microsoft, die haben ja schon 14 Prozent. Allein zwei Titel haben 14 Prozent Anteil im S&P 500. Das gab es vor zehn Jahren nicht. Da war das noch gesünder. Und die Mischung bei den Top Sechsen. Johnson-Trainer, General Electric-Trainer. Wir hätten Exxon mit drin. Und jetzt Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, NVIDIA, Meta, Tesla nur noch dominiert von Tech. Nur noch dominiert von Tech und in einer unglaublichen Verschiebung bei der Marktkapitalisierung. Die ist nach oben explodiert. In zehn Jahren. So sind wir fast wieder auf dem Niveau. Finanz- und Schuldenkrise. Passiv investieren wird immer lukrativer. Und ich glaube, dort liegt nämlich genau dieser Ursprung. Also vor zehn Jahren. Das ist nicht viel für den Aktienmärkt. Eine starke Verschiebung. Es gibt keine Diversifizierung mehr bei den Top-Titeln. Alles nur noch Tech-dominiert. Und die Marktkapitalisierung hat sich vervielfacht, muss man schon sagen, in dieser kurzen Zeit. Und schauen wir einfach mal alle Titel. Unter der 7, also der weiße Bereich hier, da hat sich kaum was getan. Das ist immer noch gemischt. Und die Marktkapitalisierung unauffällig. Da hat sich nichts getan. Es hat sich nur was getan bei den Top-Titeln. Der Top-Tech-Wert ist alles nur noch Tech. Und dort explodiert die Marktkapitalisierung. Der Rest ist klein geblieben. Das ist eine große Auffälligkeit, die wir hier haben. Und da schließt sich eben auch etwas der Kreis zum MSCI Award. Der sich in den letzten Jahren, auch 10 Jahren, massiv geändert hat. Weil die USA die Welt outperformt. Weil Tech-USA und damit auch die Welt outperformt. Und wenn wir da noch kleiner ins Bild gehen. Es sind die großen Big 7 in den USA. Die dann letztendlich auch die ganzen US-Indizes outperformen. Und damit eben auch die Welt. Und das geht dann in den MSCI Award hinein. Schaut euch doch mal den MSCI Award mal an. Die Länderverteilung. Über 70% mittlerweile USA. USA, 70%. Du kaufst die Welt. Das Beste aus der Welt. Du kaufst die USA. Und die Verschiebung. Da sind wir wieder bei den letzten 10 Jahren. Vor 10 Jahren war die Gewichtung noch im 40%-Bereich. Gigantisch geht es immer höher. Immer mehr USA. Immer mehr USA. Du hast die MSCI Award und hast 70% USA. Japan auf Platz 2 mit 6%. Und wo ist Deutschland? Holt mal die Lupe. 2%. Das ist immer gar nicht mehr da. Das ist sicherlich auch strukturelle Probleme. Wir haben da kaum einen Tech-Bereich. Aber NSCI World? Naja, nicht so ganz. Also in den letzten 10 Jahren massive Verschiebung. Ungefähr alle 5 Jahre 10% mehr USA obendrauf. Super. Also man kauft letztendlich viel, viel USA und Deutschland zum Beispiel gar nicht. Das Beste aus Deutschland ist Masu Esprise mit dabei. Können wir hier auch nochmal sehen. Die Marktkapitalisierung vom DAX ist hier zu erkennen. Hier weiß die Marktkapitalisierung. Und hier zum Beispiel oben grünlich und so rosa die Marktkapitalisierung von Apple und Microsoft. Also Apple und Microsoft sind quasi doppelt so hoch marktkapitalisiert, also für sich schon, doppelt so hoch marktkapitalisiert wie der komplette DAX. Wie die besten 40 Werte aus Deutschland. Das muss man sich immer ein bisschen zurückfassen. Was das für eine unglaubliche Marktgewichtung entstanden ist bei einzelnen Titeln. Und deswegen, das verschiebt sich. MSCI World gewichtet nach Marktgewichtung. Dann fließt eben immer mehr in die großen Titeln hinein. Und die großen werden immer dicker, dicker. Und das sehen wir seit eigentlich der Finanz- und Schuldenkrise. Das passiv investieren, was immer läuft. Jeder hat seinen Sparplan. Viele passen ihn gar nicht an. Viele haben nur den MSCI World. Und er läuft jetzt schon 10 Jahre. Egal in welcher Marktphase. Es läuft immer wieder hinein. Wird immer wieder jeden Monat ausgeführt. Und jeden Monat geht es dann eben nach Gewichtung. Und die Gewichtung, wie ihr hier nochmal sehen könnt, massiv geht es die ganz klare Richtung Tech. Immer in die großen hinein. Die kleinen bleiben klein. Und das ist eine gigantische Verschiebung, die wir haben. Und ja, das Bild hier noch ein bisschen zu schließen. Hier sind die Top-Werte im MSCI World, wo ja über 1500 Titel dabei sind. Das Beste aus der Welt. Und schauen wir uns die besten Titel hier an aus dem MSCI World. Mit der Gewichtung. Hier ist die Gewichtung. Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Tesla, Meta. Das sind die Top-Werte. Dort wird Haupt investiert im MSCI World. Was ist es? Es ist natürlich USA. Und es ist ein Sektor. Es ist der Tech-Sektor. Und es sind eben die Big Techs, wo fast nur noch alles hinfließt. Allein Apple und Microsoft über 9%. Die laufen jetzt nach der letzten Rallye, sind die schon fast vor 10%. Haben die 10% im MSCI World. Da hast du zwei Titel. USA Tech läuft ja auch super. Aber das muss man sich eben in den Hinterkopf rufen. Wenn man jetzt seit 15 Jahren MSCI World investiert, dass sich das durchaus deutlich und stark geändert hat. 1.500 Titel hat man. Aber viele sind da bloß homöopathisch mit dabei. 10 Werte machen 20% bereits aus. Und die 10 Werte, da muss man nicht viel sagen. Die kommen aus den USA und nahezu alle aus dem Tech-Bereich. Das ist eine Dominanz. Also Apple, Microsoft gehen auf 10% Anteil im MSCI World. Ja, und was ist es nun? Was lernen wir daraus? Ich wollte das ein bisschen, wo ich da mal Finger in die Wunde legen, weil ich doch so viel Diskussion da ausgelöst habe, dass der MSCI World, viele gehen hinein, investieren in diesen Titel oder haben ihn endlos laufen. Ups, ja, hier bin ich noch. Haben ihn endlos laufen. Aber es gibt eben seit Jahren eine massive Verschiebung in Richtung USA, in Richtung Tech und in Richtung wenige Titel. Und dieses Klümpenrisiko sollte man im Hinterkopf haben. Also diversifiziert auch euren ETF-Sportplan. Ich möchte diese ETFs um gar keinen Fall verteufeln. Das bitte das Video nicht falsch verstehen. Aber ich möchte auf die Entwicklung der letzten Jahre mal ganz deutlich hinweisen, dass die Großen immer größer werden. Und eben dieses Zyklus, der angetrieben wird durch das Passivinvestieren, immer weiter getrieben wird. Ich bin gespannt, wie das ändert. Aber das muss im Hinterkopf sein. ETFs sollte jeder haben. Ich bin ein großer Fan von ETF-Sportplänen. Ich habe auch ETF-Tech-Bereich, US-Tech-Bereich. Der läuft am allerbesten. Natürlich, auf der Party sollte man dabei sein. Aber man sollte eben nicht nur auf das eine Pferd wetten. Klümpenrisiko auf wenige Titel, auf einen Sektor. Ja, es ist ein Risiko, wenn da was wegfällt. Auch wenn viele sagen, es wird niemals runtergehen für die Big Techs. Das haben wir ja eigentlich vor zwei Jahren, beziehungsweise im letzten Jahr, sind die Techs auch unter Druck gekommen. Und schaut euch mal die hochmarktkapitalisierten Unternehmen, die Top-Werte der letzten Jahrzehnte an. Es stehen immer andere Titel da. Es kommt immer mal was Neues hinein. Vielleicht ist es dann ein KI-Unternehmen, was dann alles übernimmt. Also um das hier ein bisschen abzuschließen, bitte ETFs nicht verteufeln. Gegenteil. Jeder sollte einen Sparplan haben. Jeder sollte versuchen, den Sparplan vielleicht etwas abseits von Ich habe die Welt, ich habe MSCI Award ein bisschen zu differenzieren. Diversifizieren, diversifizieren. Das ist wichtig, ist eigentlich das A und O. Denn die Verschiebung in den letzten Jahren war sehr deutlich. Da gibt es ja auch, da mache ich die Schwellenländer mit rein. Gibt es ja auch, MSCI Award plus Schwellenländer. Und ja, dann bin ich ja viel breiter aufgestellt. Ja, von den Werten. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, über 4000 Titel sind das dann. Aber nach Gewichtung, dann schaut euch bitte mal die Einzelwerte an. Bei diesen Misch-ETFs dann. Die Gewichtung ist dann fast genauso. Es geht eben wieder nur in die Big Techs hinein. Du hast dann bloß homeopathisch Sparplanenländer drüber. Ist ein größerer Korb. Aber die Apple hat trotzdem um die 5%. Das ändert sich nicht. Entweder geht er in gleichgewichtet. Dann mischt er sowas mit rein. Oder es gibt ja wirklich eine riesige Auswahl. Also ich persönlich, ich habe natürlich den MSCI Award, habe ich auch laufend natürlich mit dabei sein. Ich habe auch ein ETF, was eben nur in den Tech-Bereich geht. Und das dominiert perfekt. Aber da mische ich eben hinein. Ich habe auch nur ein Schwellenländer und nicht so eine Mischung. Ich habe nur Schwellenländer, habe ich auch. Ich habe Dividenden, gerade in diesen aktuellen Marktphasen. Da gibt es nicht die beste Performance. Aber indirekt kann man dann eben profitieren. Und Anleihen ist definitiv auch ein Thema. Wir haben ja so einen sehr langen Bärenmarkt im Anleihenbereich. Hier könnte sich auch eine Beimischung lohnen. Aber letztendlich keine Anlageempfehlung. Es ist bloß eine Gedankenanregung für euch. Weil ich doch gesehen habe, dass sehr viele endlos ihren MSCI Award laufen haben und hoffen, dass sie einfach super breit aufgestellt sind. Aber da gibt es einfach ein großes Aber. Es gibt immer die Neugewichtigung natürlich, auch beim MSCI Award. Aber wer den hat, ist primär momentan in den USA und im Tech-Bereich. Und dort in wenigen hochmarktkapitalisierten Tech-Konzernen mit dabei. Wie steht ihr zum ETF-Sportplan? Welchen nutzt ihr? Welchen nutzt ihr am liebsten? Welche Diversifizierung würdet ihr empfehlen? Schreibt es gerne mal in den Kommentarbereich. Wie gesagt, es ist kein Bashing gegen ETFs. Gar nicht. Überhaupt nicht. Bin ein ganz großer Fan. Aber bitte, auch hier sollte die Streuung beachtet werden. Wir sehen ja eine große Verschiebung in den letzten Jahren. Und die wird immer weitergetrieben durch das passive Investieren nach Marktgewichtung, ETFs nach Marktgewichtung. Und ja, diese Entwicklung gefällt mir nicht, ohne hier ganz, ganz, das ganz große Unheil herbeizurufen oder herbeizusehnen. Mischt einfach euren Sparplan und alles ist gut. Das soll es gewesen sein. Gerne sehen wir uns auf tradingportal.net im Trading Chat. Sehr gerne freue ich mich über eure Meinung, eure ETF-Sparpläne. Und schreibt sie in den Kommentarbereich hinein. Das war es gewesen. Bis bald hier auf diesem Kanal. Macht's gut und ciao.